Hier ist der Trashfloor. Ja, und schon jede Menge Trash auf und am Floor. Hey, hier haben wir welche. Die reben bestimmt auch wie Hulle. Guten Tag. Wie viel Kilo Drogen haben Sie heute schon sichergestellt? Ist jetzt noch nichts. Nichts? Ah, deswegen so schlecht drauf. Nein. Das ist der Sohn. Bitte. Ironman, Ironman. Seid ihr, dass Speed Pickel macht? Nein. Du musst nicht spielen. Okay. Drogen reben. Komm, wir reben wie die Sau. Seid ihr alle auch schon voll auf Drogen? Drogen. Wollt ihr alle Daisy D poppen? Stimmt doch. Du Arsch! Habt ihr das freiwillig angezogen? Ja, sicher doch. Ja. Nee, oder? Doch. Wum, haben sie sich gezwungen dazu, oder wie? Das habt ihr doch nicht wirklich ernst gemeint, oder? Ja, klar. Ja, schöner. Stimmt das eigentlich, dass man komische Augen kriegt von Drogenmissbrauch? Kann schon vorkommen. Stimmt das eigentlich, dass man große Pupillen kriegt von Drogen? Also, ich würde mal sagen, jeder nimmt hier Drogen. 80% nimmt Drogen, würde ich mal so sagen. War eine große Pupillen, oder? Nee, ich habe auch ziemlich viel Alkohol getrunken. Hey, ein Intellektueller hier auf der Mayday. Ja, sicher, klar. Ausdrucksweise das Buch zur Seite gelegt? Auf jeden Fall. Ich will mir einen Song wünschen. Hier los, ey. Denkst du, deine kleinen Quarktaschen muss hier jeder sehen, oder? Hey, die sind gar nicht so klein, ja? Das ist immer noch 75 B. Ich will mir gerne einen Song wünschen. Die Musik läuft doch super. Hallo. Hallo. Darf ich mir einen Song wünschen? Auf jeden Fall, den soll zu haben. Spielst du das für mich? Nee. Hier ist die Bühne der Members of Mayday. Hier tanzen nur die super Rave VIPs, quasi Ehrenraver. Und zu denen möchte ich natürlich gehören. Ich möchte auch ein Member of the Mayday sein. Jetzt muss ich mir das mal kurz erklären. Wie tatscht man denn da? Also wichtig sind, dass es ja, darum hat man auch diese Handschuhe. Ja? Und dann hat man so die Hände so ein bisschen, ne? Mach das mal. Mach das mal vor. Und dann so in die, ja? Ja, genau so, immer. Ein bisschen so. Schau mal! Ja! Das ist so der Grundschiff. Der Grundschiff ist so. Der Grundschiff. Ja, das ist der Grundschiff. Der Grundschiff. Der Grundschiff. Ich danke, ne? Ich danke. Mach hier. Das könnte man doch so gut machen. Ja! Und wenn du dann nicht mehr muschelst, weil ich nie mehr, aber auf jeden Fall dann gewinnt. Das machen wir den Trends an, ne? Genau, das ist, wenn die Flächen reinkommen, dann machst du so. Flächen? Wenn man kein Bass, ja? Weil es ist ja peinlich, weil der Bass hört auf. Das machen wir ein bisschen. Jornal! Ja! Zwei! 1, 2, 3, 3 Vielen Dank.